Rontex informiert Hey Leute, ich wollte mal eine kleine Ankündigung machen, ab nächstem Monat gibt es mindestens ein neues Format, werde ich aber noch nicht verraten was das wird, oder? Doch ich verrate es, ich verrate es einfach, ja nächsten Monat gibt es ein neues Format, das nennt sich Facebook Spiele und zwar werde ich das so machen, dass ich einmal die Woche ein Video hochladen, das ja diese Facebook Spiele beinhaltet und ja darum geht es dann auch da mache ich dann, da gehe ich dann die Ranking Liste durch, was dann am meisten gespielt wird und ja, da spielen wir dann mal eine halbe Stunde oder so und gucken mal wie es ist und wenn es nichts ist, ja ich spiele auch jedes Spiel dann durch, na durchspielen nicht, aber ich würde dann mal sagen, ja ich spiele es an, sag ich mal, so eine halbe Stunde und dann du wirst nie wieder an, glaube ich, na gut manche, lasst euch überraschen, bin mal gespannt wie es ankommt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob das okay wäre, wenn ich sowas machen würde oder nicht oder, ihr könnt mir schon interessant, ach Alter, es ist kalt hier draußen, ist jetzt gerade auf dem Balkon, ähm, da könnt ihr mir schreiben, ob das so, ja, ihr das hinten würdet und ähm, ja, wollte ich nun mal eine Meldung machen, ob ich noch, ob noch vielleicht noch ein, zwei Formate dazukommen, ich weiß es noch nicht, bin noch am überlegen, ähm, gut, bevor ich mir den Arsch abfriere, bevor ich mir den Arsch abfriere, ähm, ich hätte mir doch mal eine Jacke ansiehen sollen, scheiße, ähm, ja, wie kalt ist denn das, ach, schön ist aus, ähm, ja, ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Video, Alter, ist das kalt, bis zum nächsten Video, ciao.